Ich brauch dein Geld nicht. Ach ja. Und wozu dann der Anwalt? Es ist nicht mein Anwalt. Das ist meine Bank. Eine gute Bank ist ganz nah. Die beste gehört fast zur Familie. Rechtzeitig ertragreich vorsorgen mit bestauf Fonds sparen. Woher hat sie das Geld? Erste Bank und Sparkasse. In jeder Beziehung zählen die Menschen.